So, heute knie ich mal auf dem Boden. Ich habe hier ein neues Produkt, vielleicht könnt ihr es schon lesen. Steht es denn hier irgendwo drauf? Ja, falsch, aber es steht drauf. Die MAUI 28 G3 ist raus und nicht nur die 28 G3, sondern auch die 11 G3, dazu aber später ein bisschen mehr. Und wir werden die jetzt hier nicht nur zusammen auspacken, sondern ich werde euch dann später auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen und auch ein paar Erfahrungsberichte geben. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich versuche das Ganze ein bisschen vorzuspulen, weil Unboxings sind ja ehrlich gesagt auch immer ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich auch den Karton schon mal ein bisschen aufgemacht. Oha. Oha. Ja. Ich glaube, die richtige Antwort lautet Tipp-Hipp-Horra. Okay. Siri macht sich mal wieder selbstständig. Aber was ich jetzt hier direkt schon mal... Alter, das ist mal robust. Holla. Ich fasse es ja nicht. Alter. Wow. Wow. Also das ist kein, das ist kein Plastikmüll hier, Leute. Also klar, die Verpackung schon, aber... Alter. Was ich auch... Ey, das ist keiner MAUI mehr. Ohne Witz. Warum habt ihr das MAUI getauft? Das ist, das ist, das ist... Alter. Gebt euch das. Es ist Wahnsinn. Hier oben, super praktisch, perfekt so eine Mulde. Auf beiden Seiten, auch bei dem Mittelteil, zum Tragen, dass man die gut tragen kann. Und ich sage es euch, diese Mulde, die braucht man auch, weil die echt Gewicht hat. Also die ist nicht leicht. Irre. Ja, bisschen Gewicht hat der. Ich blende mal ein, wie viel Gewicht der hat. Das ist jetzt der Subwoofer hier. Hui. Was sofort auffällt, hier, super praktisch, Tragegriffe kann man super gut tragen und transportieren. Entweder hier an der Seite an den Griffen oder auch hier oben, schön austariert, kippt nicht nach vorne, kippt nur leicht nach hinten. Das ist aber super, weil dadurch kann man es natürlich besser an den Treppen auch hochtragen. Also wenn der Schwerpunkt ein bisschen weiter hinten ist, ist es bei so schweren Sachen echt, ich würde sagen, ein Vorteil. Das ist halt das Geile an so einer Säule. Man steckt die zusammen und ist fertig. Guck mal, wie schnell man so eine Anlage aufgebaut hat. Das ist schon Wahnsinn. Ich hatte die große Ehre, die jetzt schon ein paar Wochen hier haben zu dürfen und testen zu dürfen. Und heute kommt das Urteil für euch zur neuen LD Systems MAUI 28 G3. Und eins sei vorweg genommen, es gibt auch eine neue MAUI 11. Ja, also eine MAUI 11 G3. Und genauso wie beim Vorgängermodell ist es so, dass sich die Systeme weitestgehend darunter entscheiden über die Größe und die Leistung. Und die MAUI 28 ist ja auch eine der Anlagen, die viele Kollegen von uns da draußen tatsächlich sehr erfolgreich im Einsatz haben. Man hat hier an der MAUI 28 G2 meiner Meinung nach so ziemlich alles verändert, was man verändern kann und ist tatsächlich meiner Meinung nach auch sehr, sehr stark auf die Punkte eingegangen, die bei der MAUI 28 G2 noch nicht perfekt waren. Und ein großes Problem, was Säulensysteme ganz allgemein haben, ist immer die Abstrahlung nach hinten. Einfach durch den kleinen Korpus, also durch den kleinen Körper ist es eben so, dass die immer sehr stark nach hinten abstrahlen. Und in der Regel ist es ja so, dass ich hier eine MAUI stehen habe, hier eine MAUI stehen habe, hier habe ich meinen DJ-Tisch und ich als DJ die volle Emission auch in den Höhen und so immer abbekomme. Dadurch habe ich, naja, als DJ echt ein Problem mit meinem Gehör, was bei der Säule hier definitiv nicht mehr der Fall ist. Wir haben nämlich hier im Säulensystem ein passives Kardioid verbaut. Das heißt, wir haben hier nicht tatsächlich noch mal Lautsprecher, die gegensätzlich laufen, aber da ist im Prinzip so eine bestimmte Schicht drin an, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, ihr wisst, ich bin kein Toningenieur, beschreibt es gerne unten in den Kommentaren, wie es dann technisch wirklich funktioniert. Fakt ist aber, dass hier eben so eine Schicht aus verschiedenen Materialien drin ist und Membranen, die dafür sorgt, dass eben ich diesen Lärm, also den Lärm, wir sprechen ja von guter Musik in der Regel, aber dass ich dieser Lautstärke nicht so ausgesetzt bin. Und das finde ich einen riesen, riesen Vorteil und es wirkt auch gleichzeitig etwas mehr gerichteter nach vorne. Also der Schall wird natürlich, das ist klar, gerade wenn ich in einem Raum bin, dann habe ich auch viele Reflektionen auch wieder von der Wand hinter mir. Das heißt, insgesamt ist der Sound gerichteter und klingt einfach besser. Also so kann man es unterm Strich, glaube ich, sehr gut beschreiben. Eine Sache, die ich auch noch zur Säule, also wir fangen jetzt von oben an und gehen dann nach unten, sagen muss, ist die Verarbeitungsqualität. Leute, Leute, fühlt sich das Teil geil an. Ohne Scheiß. Ich komme jetzt auch mal ein bisschen näher an die Kamera hier ran. Das ist alles so stabil gemacht. Also ich weiß nicht, wer von euch mein Video kennt zur Mose Pro hier zu diesem Scheißding. Das ist eine Anlage, die PA-tauglich ist. Die ist wuchtig. Die hat Gewicht. Da merkt man, dass ich was in der Hand habe. Die Anschlüsse sind geil gemacht. Ach, dieser Konnektor, die Stifte, die flutschen gerade so hier in das Mittelstück rein. Zack, Bäm. Mega. Und das ist natürlich auch eins der größten Vorteile solcher Säulensysteme. Ich als DJ habe sie wirklich sehr, sehr schnell aufgebaut. Ich muss ja kein Kabel mehr vom Topteil runterziehen. Ich muss keine Stativstange eindrehen. Ich muss keine Stativstange schleppen. Ich habe unter dem Strich ja auch weniger zu tragen. Ich habe eine Tragetasche. Das sind die Topteile, also die Säule drin. Ich habe eine Tragetasche für den Zap. Ich stelle das hin. Zack, zack. Fertig. Ich kann loslegen. Das ist schon ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten, was auf jeden Fall auch pro Aufbau immer mal wieder vier, fünf Minuten spart. Auf- und Abbau, fünf Minuten gespart. Dann sind wir bei zehn Minuten pro Gig. Mache ich 30 Gigs im Jahr. Rechnet es euch selbst aus, was ihr da an Zeit sparen könnt. Wir gehen jetzt mal runter zum Mittelstück. Das ist vielleicht hier auch spannend. Das ist, wenn ich richtig im Kopf habe, bei der MAUI 11 nicht so. Aber hier bei der MAUI 28 ist es auf jeden Fall so, dass wir hier durchgängig auch Lautsprecher haben. Das heißt, das ist nicht einfach nur ein Mittelstück, sondern da kommt auch was raus. Dann haben wir hier den Subwoofer, der auch in einem Holzgehäuse ist mit so einem, ich glaube PU-Lack nennt sich das Ganze. Wirklich sehr, sehr hochwertig auch verarbeitet. Wirklich, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Auf der Rückseite haben wir hier ein Anschlusspanel. Wo wir einmal natürlich unsere Line-Eingänge anschließen können. Wir haben zwei Line-Eingänge. Wir haben dann noch die Möglichkeit, das Ganze, also zwei Systeme zu koppeln. Ja, mit links und rechts. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit noch, was heißt natürlich, wir haben auch die Möglichkeit, noch einen zweiten Sub daneben zu stellen. Das heißt, wenn ihr jetzt in der Situation sein solltet, dass ihr sagt, okay, ich habe hier eine coole Party, Top-Teile reichen aus, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Bums, dann könnt ihr euch einfach einen zweiten Sub holen und den nebendran stellen. Und jetzt kommt es richtig krasse. Ihr könnt euch den Sub nicht einfach nur nebendran stellen. Ihr könnt den auch als Kardioid verwenden. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, hier hinten am Subwoofer dann Kardioid zu aktivieren. Ihr könnt einen Subwoofer einfach umdrehen und schon habt ihr ein Kardioid-System im Sub. Bäm, bei einer Säule. Wir sprechen hier insgesamt von 1030 Watt Leistung, verteilt über die Hochtöner hier im oberen Bereich, die Mitteltöner hier im mittleren Bereich und natürlich auch den Bass unten, der so richtig knallt. 127 Dezibel haben wir hier im Maximum, also da geht schon ordentlich was. Bluetooth 5 ist verbaut. Wir haben hinten quasi die Möglichkeit, unser Smartphone zu verbinden mit Bluetooth und können dann eben mit Bluetooth die Anlage auch bespielen. Sehr, sehr geil aus der Praxis. Wenn ich mal mit einem Säulensystem unterwegs war, habe ich das immer total gefeiert, dass ich einfach beim Abbauen ein bisschen Musik mit der Säule habe laufen lassen können, habe dann den Rest der Anlage schon mal abgebaut und so ganz zum Schluss erst die Anlage abgebaut. Ist ja sehr cool, sehr nice, wenn da im Hintergrund noch ein bisschen was Chilliges läuft. Es sind ja auch immer noch die Leute da. Meistens sind noch ein paar Gäste da, die ihre Sachen zusammenräumen. Das macht auf jeden Fall Fun und die ist ja dann auch total schnell zum Schluss abgebaut. Was diese Version der MAUI 28 jetzt nicht hat, ist einen verbauten Mixer. Zukünftig wird es eine weitere Version geben, die MAUI 28 G3 Mix. Und ich glaube, es wird auch von der Elfer eine Mix-Version geben. Dort ist dann jeweils noch ein 6-Kanal-Mixer hinten mit eingebaut. Aber das muss man auf jeden Fall bei der Anlage bedenken. Hier ist kein Mixer verbaut. Wir haben also nur die Säule und eben die Funktion, uns bei Bluetooth zu connecten. Aber ich finde es nicht weiter schlimm, weil wir DJs haben ja auch eigentlich immer unseren Controller dabei, wo wir eigentlich alles dran anschließen können. Das reicht ja. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit zur MAUI 28 G3. Werde ich mir sie kaufen? Ja, die Anlage ist mega geil und kombiniert diese einfache Anwendungsmöglichkeit mit der Leistung, die ich als Hochzeits-DJ auf einem Event brauche, einfach perfekt. Ja, also es ist der perfekte Kompromiss zwischen Preis-Leistung, zwischen dem Anwendungsbereich, der Qualität, die ich erwarte und ja, es ist ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Es gibt eine Sache, die mich ein bisschen stört bei der MAUI 28 G3 und da will ich auch offen drüber sprechen. Mir persönlich ist sie zu höhenlastig. Das ist aber auch ein ganz bekanntes Problem von Säulensystemen. Ich finde, also wir haben zwar hier jetzt schon Mitspeaker drin, aber ja, die machen es besser. Es ist besser als bei der MAUI 28 G2, aber es ist halt noch nicht, wenn du irgendwie gewohnt bist, ich bin sonst mit einer Voice-Akustik unterwegs, das ist nicht vergleichbar vom Sound her. Da macht man auf jeden Fall, gerade wenn man von so einem teuren System jetzt runtergehen würde auf so ein System, macht man auf jeden Fall Abstriche, aber wenn du halt von irgendeinem anderen System kommst, wie, keine Ahnung, irgendwie The Box, irgendwas Günstiges oder so und kaufst dir diese Anlage, dann hast du einen klanglichen Unterschied, das ist nicht in Worte zu fassen. Also es ist ein sehr, 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 sehr guter Lautsprecher, der auf jeden Fall halt eben all das, was ich als Hochzeits-DJ brauche und auch erwarte, erfüllt. Ja, der Kompromiss in den Mieten, muss ich wirklich sagen, den gehe ich da auch wirklich sehr, sehr gerne ein. Ja, und was soll ich jetzt sagen? Unten in der Videobeschreibung sind die Links, wenn sie schon verfügbar sind, zu den jeweiligen Stores. Schaut euch die Anlage an. Hörtest werde ich euch jetzt im Anschluss auch noch geben, ganz klar. Ja, aber bitte denkt daran, das ist kein, keine Sache für YouTube, ja. Das, was ihr jetzt hört, wenn ich die Anlage anschmeiße, ist nicht die Anlage, sondern es sind eure Lautsprecher, im schlimmsten Fall aus dem iPhone oder aus irgendeinem Smartphone oder Tablet, ja. Ihr hört nicht die Anlage. Um bewerten zu können, wie die Anlage klingt, müsst ihr sie in echt hören. Deswegen fahrt zu irgendeinem Music Store, Musikhaus eures Vertrauens. Ich bin mir sicher, die Maui wird da in nächster Zeit auch zu sehen und zu bestaunen sein. Und macht euch persönlich einen Eindruck über die Klangqualität und vor allem auch über die Verarbeitungsqualität. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Also da geht wirklich ganz, ganz viel Lob raus an die Jungs von LD Systems. Da habt ihr wirklich einen hervorragenden Job gemacht. Sehr, sehr tolle Anlage. Und ich freue mich schon, wenn die bei mir hier im Bestand ist. Ich freue mich schon, wenn die bei mir hier im Bestand ist. So, und jetzt hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt eure Bewertungen, eure Kommentare unten rein. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst es nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns schon bald hier wieder. Bye, bye.